willkommen zurück zur weiteren folge im inkauf wir sind hier schön und haben gerade eben gesehen wie der erste eisen golem da gespawnt ist und ja wir gehen wieder ins bett das ist nämlich ganz gut wenn wir nämlich unsere hopper bauen brauchen wir so ungefähr zwei eisen golems pro hopper im schnitt würde ich sagen aber gut wir gucken jetzt mal gerade reparieren wir hier vorne diese tools diese bilderrahmen da dafür brauchen wir zwei leder glaube ich und ein paar stecker die habe ich aber noch im inventar das gut so als können wir nämlich hier tatsächlich gucken was wir haben links und also links und rechts genau zumindest dass es jetzt aktuell mal ein bisschen ordentlicher ist dann können wir jetzt wieder ein bisschen holz action starten und bauen hier wieder ein bisschen holz ab ja holz wie holz 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 sonst müssen wir doch gleich ganz oben sein ich denke mal jetzt noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht Eine Bienchen summt hier rum. Eine Bienchen summt hier rum und die Schaben bilden hier Holz ein. Schon wieder falsch gebaut. So, können wir gleich nochmal zu den Dorfbewohnern gehen. Kommt mein Holz, ui. Und müssen wir gleich mal gucken, ob da noch einer gespawnt ist. Ob das einfach nur glückster war. Aber ich hoffe ja mal, dass das ein normaler Spawn war. Das ist nämlich cool. Wo sind wir? Da. Und da können wir jetzt halt so abbauen. So. Äh, ok. Was geht hier ab? Hier fehlt auch schon wieder einer. Und ja. Guck mal, haben wir das noch schön hingekriegt. Komm, bau dich doch ab. Dankeschön. So. Und jetzt noch der hier. Oh. So. Das wollte ich nicht. Genau so wollte ich aber. So. So, haben wir gleich auch schon wieder viele Bäume abgeerntet. So. Gucken wir jetzt mal, wie viel, viel Holz wir haben. Oh. Oh. Ja. Das ist ein bisschen was. Eins, zwei, drei, sechs, fast sieben Stacks. Das ist ein bisschen was. Wenn dir nicht noch irgendwas runtergefallen ist, vielleicht kriegen wir die sieben Stacks auch voll. Oh. Haben wir voll. Geil. Cool, cool, cool. Jetzt kein Platz mehr. Zappling sind voll. Und dann schmeißen wir mal die Hälfte davon raus. Die brauchen wir nämlich nicht. So. Dann machen wir nochmal Kisten. 48. So. Dann haben wir jetzt gleich auch den dritten Stack und dann nochmal einen halben dabei. bloß ein bisschen mehr. Bloß ein bisschen mehr. Ja. Da sind ein bisschen Kisten. das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. so. Kommt weg damit. Ja. Das kriegen wir doch ganz gut so hin mit den Zapplings. also. Das ist die kleinste Übung. Das können wir ja nochmal. schon mal hinsetzen. Und dann. Ja, hier warten wir nochmal, bevor der so tief wächst. ist. Aber das andere können wir schon malen. Pflanzen. Genau. Da gucken wir nochmal hier oben. Na. Schade. Kein Bienen. Bienenkasten. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn das noch eine positive Bewertung dauert, dann ein Abo. Bis denn. Ciao Leute. da. $